Hey, hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Let's Play Endless Projekt bei mir und starten und zwar, ja und auch bei Tizzle, denn wir spielen Killing Floor und A Select bei mir ist, ich finde das herrlich, aber es ist immer noch spielbar hier. So, zu dem Spiel werde ich jetzt großartig nichts erklären, denn da habe ich keine Lust zu. Es ist halt einfach nur reiner Überlebensinstinkt, hier Urin stinkt. Ja, gibt keine Story, gibt nichts. Du bist ja schon am Ballern, ich suche hier noch Zombies. Lass mal Richtung Haus laufen, oder was? Ja, ich laufe jetzt Richtung Haus, ich lasse sie jetzt alleine, man. Ihr habt jetzt bei mir den Headshot gesehen und das Game macht immer mal wieder Bullet Time, ich weiß, keiner weiß, wie das Ding das macht oder wieso auch immer. Es passiert einfach. Oh, shit, motherfucker. Das Game gibt jetzt momentan, ich weiß gar nicht, bis wann ist denn das? Das steht Freitag, 1 Uhr, ist das heute? 1 Uhr, oder? Ist das günstig bei Steam, aber lohnt sich auch für 18 Euro zu kaufen. Jetzt wird es dir auch in Zukunft lohnen, wenn ihr mit mir zusammen uns Barracks zocken wollt. Ja, also das Game hier wird auf jeden Fall öfters bei mir in der Let's Play Endless Reihe vorkommen. Genug Maps sind definitiv da zum Zeilen. Ja, es wird immer oft genug Upgrades gemacht und ich glaube, du hast den Server, glaube ich, wieder auf Easy gehauen, ne? Fuck ja. Ja, gut, dann spielen wir jetzt auf Easy hier. Okay, deinen ersten Part vielleicht oder so, vielleicht. Oh, was ist hier los, Alter? Ja, wo sind sie denn jetzt? Da, hier, wo sind die ganzen Penner. Und das Ziel ist es natürlich, hier im Zorn mir einfach in den Kopf zu holen und das zu überleben. Es gibt natürlich auch so viele Fettsäcke wieder und Sparix hilft mir einfach nicht und wo kommen die alle her? Ich war gerade am Nachladen, Mann. Okay, verstehen die auch verschiedene Klassen. Ich bin jetzt hier Scharfschütze. Sparix ist Ingenieur, glaube ich. Ähm, nope. Ähm, warte. Kann ich euch sagen, was ich tun? Das ist der Ingenieur. Das ist ein Support-Spezialist, mein Freund. So, okay. Ja, jetzt können wir uns hier Waffen kaufen. Ich habe jetzt 986 Dollar. Ich werde natürlich jetzt... So, Shotgun. Ein Unterhebat-Lepidier kaufen. Kann ich an, was immer das auch heißen. Das ist eine Pumpgun, eigentlich auf gut Deutsch. So. Und die sollte eigentlich auch reichen. Bist du denn wie ein Flieger? Fliegermütze, du? So, jetzt müssen wir hier eine Minute verharren. Das ist voll doof von mir gewesen. Das auf ISIS zu stellen. Ja, auf ISIS ist es leider wirklich zu einfach, muss man sagen. Komm, wir gehen hier in die Hütte und verbarrikadieren uns hier. Okay. Also es ist ähnlich wie Left 4 Dead, nur halt ohne... Ich weiß nicht, ob man es mit Left 4 Dead hier vergleichen könnte. Ja, ein bisschen. Also gut, eigentlich ist es ein doof möglicher Land des Games, muss man ja sagen. Können wir von der Seite aufzumachen? Ja. Dann sind wir jetzt hier bei den Kühen. Wir sind Muslime, deswegen bei den Kühen und ich bei den Schweinen. Ich habe mich selber ausgesperrt, fand auf die Scheiße. Ja, ich mach das, ich mach das dann zu. So, und derweil können wir dann halt hier erstmal... Ja, komm, mach zu das Ding. Los mit der Twee. Hey, ey, ey. Fuck you, Alter. Jetzt so. So, man kann so ein Ding halt dann zuschreißen. Dann kommt man mir jetzt nicht hier irgendwie... Ja, jetzt zeigt das mir an. So, jetzt müssen wir noch 13 Sekunden waren, dann kommt der nächste Zombie-Marsch. Ja, die nächste Wave, und dann schießt der Kuh hier an den Kopf. Passiert aber mit der Kuh? Los. Ich hab bei meiner Munition nicht besser ist es. Ach. Wie ich siehst, ist das noch kein Problem? Ja, ich glaube auch. Aber damit die Leute erstmal klarkommen und wir nicht sekt fehlern. Okay, ich höre die, ich höre die. Ich höre sie ganz gut. Hier geblieben, Mann. Was hast du denn mit mir, Kerl? Ich hab' ich gespritzt, mäh. Mit der Heilung oder was? Wieso? Weil ich's kann. Okay, die greifen schon, glaub' ich, bei mir, glaub' ich, hier die Tür an. Aber bleib du bei dir, ich bleib bei dir. Ja. So, man kann sich halt immer an Räume, in Häusern, in sonstwas verbarrikadieren. Ist ganz cool gemacht. So kann man sich halt ein bisschen vorbereiten, oder... Ja. Und das ist, äh, ich ins Breaks haben schon zu sechs, was, ne? Ja, genau. Wir haben bis zu maximal sechs Leuten hier gespielt. Und, äh, da waren's auch schon locker über... Ja, so über 100 auf jeden Fall. Ab der dritten Wave schon. Also, ich glaub' ich schon fast 200 waren's. So, jetzt werden bei mir die Kintur auch angekratzt. Bei mir ist die Tür gleich offen. Aber jetzt ist kein Problem. Ja, bei mir auch nicht. Ich denke, ich helfe dir mal, weil ich mir ein bisschen Action an hier. Okay. Also, äh, schweiß ich die Tür. Man schweißt immer die Tür zu und danach dürft man eigentlich im Grunde fast immer ne Ganate, damit man halt immer so viel wie möglich... Oh, ich hab' schon so'n Stärkling gehabt, aber der ist auch dead. So, jetzt sollen sie einfach mal anplatzen hier. Ich glaub' das ist ein Crawler, ich weiß nicht mehr genau, wie's in der Beschreibung hießt. Aber, ich nenn' sie halt auch liebevoll immer Jumper, weil diese Bastarde immer rumspringen. So, jetzt muss ich ja nachladen. Das ist ganz doof, gerade. Ach, das geht. Auf easy, dann kannst du dich auch nicht. Was ist denn bei dir los, Mann? Das ist das Schwitsch, Alter. Deswegen seh' ich nichts mehr und hör' nichts mehr. So, das ist ja noch gar nicht. Das ist ja noch gar nicht mehr, pump' ganz echt nicht meine Waffe. Da schieß' ich lieber mit einer Arm, bloß weiter in die Gegend. So, zwei Welle noch und dann könnt' ich schon mal Richtung Schock bewegen. Ja. Und das Level ist ja ganz cool gemacht, find' ich, mit diesen Farmen. Oh, ja. Viele Leute, die Farm-Friends lieben, die mögen das nicht. Oh, ja, es ist, man könnte sehen, es ist fast dasselbe. Ja, man muss ja auch zum Beispiel... Vom Gameplay her, ja. Ey, wie weit ist'n der Shop weg, bitte? Wo soll'n der sein, bitte? Vor allem, ich guck mal, ob ihr noch ein Simi... Ah, da kommen die letzten beiden. Granate! Au! What the fuck? So, ich hab' fast in die Luft gejagt hier. Das haben wir uns halt wenigstens, dass die Zeit gleich umgeht, damit wir nicht drauf rumstehen, hab' ich die schon mal klack gemacht. Ja. So, und auf easy, wie ihr seht, bekommen wir rechts unten einmal ordentlich viel Kohle. Das ist auf normal komplett anders. Auf easy ist das wirklich, wirklich, wirklich easy going. Auf normal ist das Ganze schon eine andere Geschichte. Ja. Weil auf normal, da bekommen wir nicht allzu viel Geld. Die Zäume sind um einiges stärker, halten mehr aus. Und es ist halt... Joa, doch schon, schon, schon dann recht schwierig hier. So, die Knarre, die brauche ich nicht, die verkaufe ich dann. Hier lade ich mal nach. Die Combat Shotgun. Wie viel bekomme ich dann, wenn ich die hier... Oh, ich bin auch in den Shop, endlich. Ist ja aber alles hier. Jetzt kaufe mir noch Granate, kaufe mir noch eine, ich kaufe mir Munition. Und ich kaufe mir... Was ist das, Alter? Was denn? M-14 EBR, was ist das? Steht da auch nichts, keine Beschreibung, nichts, ne? Kanonen wachsen nicht auf Bäumen. Du brauchst mehr Geld. Nö. Ich kaufe mir, dass ich... Schön, mein Game leckt und hat sich gerade aufgegangen, glaube ich. Das ist ja sehr prof vom Feinsten hier. Ja, ich glaube, mein Game hat sich aufgegangen. Ja. Bei dir auch? Äh, ich kann dich auf jeden Fall nicht mehr heilen, ich spritzen gar nichts. Ich bin wieder weg in the game. Oh, ja, jetzt bist du... Ah, bist du wieder back in the game, man? Oh, shit. Oh, was ist das für ein Knallergewehr hier? Okay, ich muss schnell was verkaufen. Ah, lass die Zeit, man. Also kann ich meine Waffe nicht wechseln? Was ist jetzt los hier? Ich kaufe mir so eine doppelte Knarre hier, so Rampastard. So, ich geh schnell aus dem Laden raus, weil in fünf Sekunden geht's wieder back. An die Front hier. Alter, ich kann keine Waffe mehr auswählen. Ich bin voll am Arsch, man. Wieso? Keine Ahnung. Irgendwie leckt das bei mir übelst rum. Und ich glaube, es hat gerade mit deinem plötzlichen Verschwinden zu tun. Ich hab... Ich hab die ganze Zeit mit meiner dämlichen Heal-Waffe rum und, äh... Bei mir läuft das mit Dynam... Hast du Dynamit, Alter? Ah, jetzt kann ich wieder. Herrlich, herrlich. Oh, da war ein Unsichtbarer. Jetzt habt ihr es gesehen. Ich hab die Maus versehen in den Kopf geballert. Was soll? Ich hab meine Fresse. Mein Zombie hat jetzt einfach in Luft aufgelöst, nachdem ich mich erschossen hab. Mein Ping ist eigentlich supi-okay hier. Wo sieht man den Ping denn? Äh, mit Tab. Ich hab null Ping. Ist das gut, oder? Jo, jo. Das ist... Perfekto. So, ähm... Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal, also beim nächsten Aufnehmen von Killing Plone dafür sorgen, dass das Game halt weniger leckt, aber... Ich bin jetzt zu faul, jetzt noch ein bisschen an Altstein rumzufuchteln. Nicht jetzt gar nicht aus. Ja, deswegen müssen wir jetzt mit dem Leck hier einfach leben. Ist ja nur der Part, den ihr so sehen müsst. Jo. Und es sind halt noch mit vier Waves. Ist ganz easy. Ja, eben. Easy going. Von daher mach ich mir jetzt aus den ganzen Lecks nicht. Normalerweise läuft das Game, ah, jetzt muss ich sagen, auf komplett hohe Einstellungen, aber Fraps haut meinen Rechner so runter. Das ist so pervers mit dem Scheißprogramm. Doch. Bei mir seht ihr Alter, die aktiviert ist der fucking Bulli. Der Bulli? Der Bulli aktiviert wieder. So, an voulyn Tylercoeur. In j técnicauk Sophie. Ah, jetzt können wir auch gleich wieder los trennen hier. Na, mal einfach, dass es uns auf der Münzeil umgeht. Okay. Acht Stück fehlen Ganca hat es wieder so eine Screamer, Alter. Hab ich mal verpissen hier. Ja, Achievement. Hier sieht man natürlich auch ab und zu mal solche Waffen umliegen oder Items umliegen. Oh, was war das? Oh, Blitze. Und das editiert einen natürlich ganz doll beim Ziehen, wie ihr jetzt gesehen habt. Ja, die Blitze, die habe ich bei mir nicht. Weil ich musste ja, habe ich vorher einige Wetteffekte und alles reingehauen, äh, rausgehauen. Weil so prall ist ja mein Dappt immer noch nicht. Ich glaube, hier dürfte noch irgendwo einer. Ja, einer. Aber ich glaube, der ist hinter dir her. Das glaube ich nicht. Jetzt bei mir ist nämlich keiner, ich auch nichts. Nö, ich an sich auch nicht. Doch, da ist die Schlampe. Also beim Shop hier. Ist schon da? Ja. Dann aktiviert sich der Shop in wenigen Sekunden. Und zwar jetzt. Scharbe es auf, Herr Bauhans. So, ich verkaufe jetzt diese Waffe hier, damit ich meine schöne Waffe hier. Die, äh, AAA-12-Shutgun. Das ist für mich die schönste Waffe. Oh, jetzt gerade liegt es bei mir gerade wieder übertrieben. Ja, ich merke das. Ich merke das. Ich kann mir nur, äh, hier. Du musst so ein Tausendmal kaufen, ja? Ach, du Scheiße. Oh, ich bin jetzt wieder da. Jep. Ich habe jemanden Husten gehört. Ich glaube, die Zombies sind bei dir im Zimmer. Ja. Ich habe mir momentan mittlerweile so ein kleines, leichtes Problem, nach diesem Film auf Zombies zu schießen, weil ich denke, die haben auch Gefühle. Ein Deadhead-Superfilm. So, hallo. Hallo. Halt still. Ja, dann stecken wir jetzt ein Arschloch, Otakon. So. Ich kann mir jetzt eine Raubombe kaufen, was ich natürlich nicht tue. Ich werde mich nicht sagen. Hallo? Kannst du mal auch für einen Zuberlander? Hallo? Feuerwerk! Arschlecken, Arschleckenfeuerwerk, hast du mir nicht getroffen? So, jetzt machen wir ein bisschen Action hier. Ich nehme mal ein bisschen Waffe und jetzt ist schon wieder hier am... Es ist echt bei mir gerade ein bisschen krass am Rumblelegen, ey. Ich glaube, das könnte auch daran liegen, dass ich gerade, äh... Ne? Dass du was? Äh... Bist du gerade schon wieder am Rendern oder was? Ne, illegal. Ah! Das ist ja ein super Stichwort. Ja, ich bin illegal am Server bauen. So, ich verpiss mich jetzt hier einfach mal ins Haus. Ich komm zu dir hin. Ne, hau mal ab da. Ey, ich komme... Ach, toll, jetzt habe ich mein Schweißgerät nicht rechtzeitig rausholen können. Ist egal. Das sagst du auch mal deine Freunde, wenn ich die kenne. Nö, ich schweiß mal zu, da die Scheiße. Schweißt du die Scheiße zu? Ich will die gar nicht zuschweißen, ich warte, bis sie kommen. Look at us. Steht da unten, da ist eine Badewanne mit. Irgendwelchen... Ist das ein Menschenteile oder so? Ups, wo kommen die denn her? Holy shit. So, das ist hier ein sehr harter Gefährte, der Typ. Natürlich nur auf normal, auf easy, ist das Ding. Gar kein Problem. Ja, ist nicht so eine hohe Bedrohung hier. Hier kann man auch nur eine Schacht spielen als Minigame. Ob da. So. Wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf eigentlich so? Äh, 12 Minuten. Gut, dann passt das gleich eigentlich mit dem Part auch eigentlich. Ja, das könnte wirklich gut passen. Ich weiß nicht, ich mach mal alle fertig hier eben. Ja, ich hau mal auch mal ein bisschen rein hier. Und dann werde ich das nächste Mal dafür sorgen, dass es hier nicht ganz so rumleckt, weil es schießt sich auch um einiges besser. Okay. So, 23, 22, 21, 21, das ist noch. Man muss immer gut arbeiten, merke ich gerade. Neues Magazin drin. Ah, kommt nichts mehr. Also bei mir ist Flaute. Bei mir ist Action-Pool gewesen. Ist immer noch. Das ist ja gut. Was soll ich dir sagen? Crackpitch einfach mal den Kopf geschossen. Warte. Warte darauf, du bist. Boah, ich glaube, wir können schon mal langsam Richtung Shop bewegen. Ja, finde ich. Wo, 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 wo. Was war das? Dieser Wixer da vorne. Oh. Toll. Beim Lachen am Bulletin ist immer voll beschissen. So, ich renne schon mal vor. Ja, ich glaube auch. Ups, Touchpad da. Scheiß Laptop. Und natürlich nehmen wir immer das Messer in Hand, damit wir schneller sind. Ja, Counter-Strike-like. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich das Spiel so schnell wie möglich zuzulängen. Ich weiß nicht, wann dieser Part oben ist. Kann sein, dass wenn er oben ist, das Angebot schon längst verflogen ist. Aber auch so kann ich euch das Spiel herzlich empfehlen. Genau. Weil es hat schon so seine Höhepunkte und es ist halt einfach nur, weiß nicht, cheesy. Also, mir macht es echt eine Menge, Menge, Menge Spaß. Und den lieben Herrn Lubu auch. Uo ist behindert. Wieso? Ich hab's nur gesagt, nenn ich. Weil wir nie zum Aufnehmen kommen. Ja. So, ich hab mir tausend, ich hab mir die nächste Million Waffen gekauft. Jetzt hab ich eine Machete, ich hab jetzt Raw-Bombe. Ich hab so ein geiles Schwert und damit hau ich jetzt die nächsten Penner da weg. Jetzt kommt der Boss gleich, ne? Hm, jetzt kommt der Boss an dich. Ja, letzte Wave. Na ja, dann kommt der Boss. Ja gut, dann lohnt sich das mit dem Messer nicht. Dann hau ich ihn hier mit weg. Ich hab ihn auch hier mit weg. Ich hau dich hier mit weg. Was ist denn da wie eine Scheiße? Ja, ich schieß, ich schieß auch mal mit meiner. Komm, explodieren wir das nicht. Oh, die war schießt. Ist da irgendwas bei dir gerade explodiert? Nö. Das Game ist strange. Oh. Jetzt ist aber... Was ist hier passiert zum Teufel? Ich schmalte, ich schmalte Granaten um mich. Oh, da ist er. Der Messer ist back in the game, Alter. Was ist los? Was hat da wie ein komisches Loch im Bauch? Was ist mit ihm los, ey? Siehst du den Typen schon? Nö. Na ja, komm doch mal mal zu uns. Wir können eigentlich uns ins Haus stellen oder so warten, bis er da ist. Hallo. 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 Ich hüpfe auch noch ein bisschen damit, wenn man ihn vielleicht sieht. So. Vielleicht sieht er nicht dann. Von da hinten sind nämlich Lichter am Leuchten. Ich war der irgendwo, aber ich finde den gerade nicht. Normalerweise kommt der eigentlich mal in unsere Richtung. Aussehen. Ah, das ist er. Und das war's, glaube ich. Ja. Ja, die Sau ist da und da fliegt der Kopf. Und alles andere von ihm. Und wir haben es geschafft. Ja. Und so ungefähr sieht Killing Floor aus. Also, nächstes Mal spielen Matisse und ich auf normal. Da ist auch ein bisschen mehr Problematik dann bei uns beiden angesagt. Definitiv. Und mehr taktisches Können. Und alles so. Ich disconnecte hier einfach mal ganz kurz. Ja, mach das mal. Damit ich mal ein bisschen Ruhe machen kann hier. So. Ganz kurz die Audio-Funktion. Böps. So. Und ja, das, liebe Leute, das ist ein kurzer Einblick. Ja gut, ein kurzer Einblick, der knapp 17, 16 Minuten da gedauert hat. Von Killing Floor. Also, wie gesagt, das wird ein kommendes, dauerhaftes, denke ich, Endless-Projekt von uns. Connection Failed. Das ist ja super geil. Das ist ja subi. Und ja, wie gesagt, ich lege euch jedem das Spiel wirklich zu Herzen. Denn es ist echt, echt gut. Und quasi, also gerade so, wenn man nur mal was für zwischendurch spielen möchte, dann passt das hier auch ganz gut. Ja. Der einzige Manko bei dem Game ist halt wirklich die eigene Server-Erstellung. Boah. Ich glaube, da kann euch Matizl in ein Lied drüber singen, aber ob er es möchte, weiß ich nicht. Ich würde euch sagen, Google ist dein Freund, aber da ist auch Google nicht euer Freund mehr. Also da ist alles vorbei bei dem. Kein Mensch weiß, wie das geht. Oh ja. Ich hab's ihm gekriegt. Yeah. Alles klar. Gut. Dann danken wir euch bestimmt fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Play-Projekt. Also Let's Play Endless-Projekt. Ach, halt zumal die kleinen dämlichen Penner. Alles klar. Tschö. 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 Tschö.